Mein Name ist Rudi Hünig, ich arbeite für die Firma Proximet, bin hier im Bereich der Schulung tätig und was wir hier jetzt sehen, ist das Alter G. Das Alter G ist ein Laufband, ein Gewichtsentlastungssystem, bei dem ich das Gewicht aber nicht wie herkömmlich mit Westen und Bändern oder einem Aufhängungssystem entlaste, sondern mit Überdruck. Die Patientin, die jetzt hier im Alter G geht, trägt bereits eine spezielle Hose. Diese Hose zieht man an und wird dann in dem Luftsack mit Überdruck entlastet, angehoben. Die Entlastung, die wir mit dem Laufband erreichen können, geht bis zu 80 Prozent des Körpergewichtes, also wir können fast eine Schwerelosigkeit herstellen. Wenn wir uns das hier mal auf dem Display anschauen, dann sehen wir hier, wie viel Körpergewicht gerade wirkt. In diesem speziellen Fall sind wir jetzt bei 65 Prozent Körpergewicht. Es läuft ein Video mit, sodass wir die Gangart direkt beurteilen können und können jetzt hier die Intensität, die Gewichtsbelastung prozentual in 1 Prozent Schritten reduzieren, sodass wir immer die optimale Entlastung je nach Problematik der Patientin oder des Patienten finden können. Das Maximum der Entlastung liegt, wie gesagt, bei 80 Prozent, die wir jetzt erreicht haben, sodass wir quasi ein fast schwereloses Gangbild erreichen können, wie man auch, glaube ich, hier in dem Video wunderbar erkennen kann. Trotz 80-prozentiger Entlastung besteht aber immer noch die Möglichkeit, den Kontakt zum Laufband zu halten und somit ein funktionelles Training durchzuführen. Die Entlastung, wie gesagt, wird individuell optimal eingestellt, sodass wir für jeden Patienten, für jede Patientin die optimale Entlastung herausfinden können, um für alle orthopädischen Indikationen und eine große Gruppe neurologischer Indikationen eine optimale Trainingstherapie durchführen können.